Hallo und Willkommen bei Bleib entspannt, Deinem Meditationspodcast. Diese Episode ermöglicht Dir, mit wenig Zeitaufwand zu entspannen und Dich positiv auszurichten. Mit dieser Kurzmeditation kannst Du Dein inneres Lächeln erwecken, Deine positive Ausstrahlung stärken, optimistisch in den Tag starten und ihn genauso gut gelaunt abschließen. Die Kurzmeditation eignet sich auch perfekt in Vorbereitung auf wichtige Termine oder Treffen, in denen Du im wahrsten Sinne des Wortes überzeugend strahlen möchtest. Lass uns direkt loslegen. Setze Dich bequem hin und lächle. Schließe Deine Augen und behalte das Lächeln bei. Lasse Dein Lächeln jetzt größer werden. Lasse es strahlen nach innen und außen. Setze Dein Lächeln auf Deinen Atemfluss. Atme ein, lächle und aus. Lasse los. Ein, entspanne und aus. Lächeln. 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 Spüre, wie Dein Lächeln durch Deinen Körper strömt, in jeden Winkel hineinleuchtet. Lächeln. 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 Deinen Bauch, Deinen Rücken hinunter, zu Deinen Hüften und Po, Deine Beine hinab, bis zu Deinen Füßen und Zehen. Spüre, wie sich Dein Lächeln ausbreitet. Atme ein, lächle und aus, lass los, ein, entspanne und aus, lächle. Und fühle, wie Dein Körper darauf reagiert. Wie er von innen zu strahlen beginnt, wie Dein inneres Lächeln erwacht. Atme ein, lächle und aus, lass los, ein, entspanne und aus, lächle. Genieße Dein inneres Lächeln, solange Du möchtest. Bade und sonne Dich darin. Spüre auch, wie Dein Lächeln über die Grenzen Deines Körpers hinaus strahlt und immer größer wird. Wie es das Zimmer ausfüllt, in dem Du sitzt. Das Gebäude, in dem sich das Zimmer befindet. Wie es über den gesamten Ort strahlt, das ganze Land, den Kontinent. Wie Dein Lächeln den gesamten Erdball umrundet. Und dann trage Dein Lächeln schließlich mit nach außen. Wenn Du dazu bereit bist, Deine Augen zu öffnen. Willkommen zurück. Vielen Dank und bleib entspannt. Deine Kathi